So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO, eine Folge Max Out Monday. Wir wollen wieder 100%ige Pokémon Maxen auf Level 50 komplett. Ein Titel Pokémon, was ich bestimme. 5 Pokémon aus der Community, aus euren Vorschlägen, die ihr gemacht habt unter dem letzten Video. Und eigentlich habe ich gestern Abend gedacht, hey, im Heute-Tab ist sogar noch von der befristeten Forschung was drin, was ich abholen kann. Jetzt ist da aber irgendwie nichts. Das Ding geht ja noch 2 Tage, 10 Stunden. Eben war auch noch das mit dem Ticket drin. Dann bin ich hier rüber gegangen, habe gedacht, naja, kannst du ja von der richtigen Spezialforschung aber was abholen noch im Video live. Jetzt sind hier überall Fragezeichen und man denkt sich, hä, was? Und hier auch Fragezeichen, aber gut, da steht ja dabei, Story Season 10 Set 3 Hedda. Hedda, ne, Hedda. Und hier May 23 Story Quest Candela 1. Also, das war gestern, war das noch alles anders. Jetzt ist gerade das so, also das Spiel macht gerade wieder Faxen. Was wir aber trotzdem erstmal kurz abholen wollen, ist den Feldforschungsdurchbruch und den haben wir jetzt hier. Das ist ein Pins hier, da gucken wir mal ganz kurz, wie gut das ist. Und dann habe ich meinen Titel-Pokémon zum Maxen und dann habe ich 5 Vorschläge von euch. Und ein interessanter Vorschlag war auch dabei, den möchte ich euch dann zeigen. Ich weiß gar nicht, ob der noch drankommt. Den fand ich aber trotzdem interessant. Und selbst wenn es eigentlich gar nicht geht, möchte ich dann da mal drauf eingehen. Wir haben jetzt hier 10, 15, 10. Ist nix, können wir eigentlich weglassen. Mein Titel-Pokémon heute ist, wenn wir hier reingehen, 4 Sterne und... Jetzt habe ich wieder 3 Jahre mit dem iPhone nicht gespielt. 4 Sterne und... Kamau-Kamerupt. So, wir haben hier... Wir haben schon einen Kamerupt in 100% auf Level 50. Aber ich habe ja dieses 100%ige Krypto-Kamerupt. Und das möchte ich jetzt eigentlich mal maxen, weil das halt einfach so fett und brutal aussieht. Mit diesem Stinkerauch drumherum. Und kommt auf 2479. Ist es damit für die Hyperliga geeignet? Man weiß es nicht genau. Das könnt ihr mir sagen. Wir machen jetzt hier noch den Level 50 Tag dran. Level 50. Und warum habe ich mich für dieses Pokémon entschieden? Es ist ja gerade ein gefühlt Team Rot-Event. Das heißt nicht so, aber es ist ein Team Rot-Event. Eigentlich gefühlt heißt es doch so. Dann habt ihr hier... Groudon ist momentan das Kanal-Maskottchen. Das ist auch in einer rötlichen Farbe. Passend dazu habe ich heute ein bisschen rötliches Gegenlicht. Und dann habe ich hier ein Feuer-Pokémon. Was auch eine rötliche Farbe hat. Als Titel Pokémon gewählt, damit alles einheitlich rot ist. Denn es gibt ja keine Event-Spawns. Es ist schon das dritte Team-Event ohne Event-Spawns. Beziehungsweise, dass keine besonderen angekündigt sind. Und man sich daran was ausmachen kann. Jetzt haben wir hier Kamerup. Level 50. 100% Krypto. Das war also meins, was ich gemacht habe. Jetzt gehen wir mal direkt rüber in die Zuschauer. Drücken auf Neueste. Gehen bis runter. Schauen, was Lukas Wilke gesagt hat. Kannst du mal Fucano oder Porenda maxen? Porenda bin ich ewig mitgelaufen. Porenda habe ich damals dann hier dieses Lauchzelot hochgezogen. Musste mich ja entscheiden, was ich mache. Porenda oder Lauchzelot. Habe dann das Lauchzelot genommen. Ansonsten müsste man hier noch ein Gala-Porenda hochziehen. Fehlen mir jetzt natürlich wieder die XL. Und das normale Porenda fehlt mir aber auch die XL. Kann ich also gar nicht machen. Habe ich für die Endentwicklung hochgeballert. Fucano weiß ich nicht. Akani ist auf 50. Wir haben genügend XL. Und wir können ein Fucano. Ja, wir können Fucano hochziehen. Das ist der erste Punkt. Fucano in letzter Zeit natürlich auch. Selten findet man nirgendwo mehr. Machen wir aber hier auf 1405 WP. Machen auch gleich den Level 50 Tag dran. Dass das fertig ist. Kommt bestimmt auch irgendwann mal als Krypto. Dann machen wir das Ganze nochmal. Doppelt und dreifach. Standpauke, Knöscher, Glut, Flammenrad. Das ist halt einfach ein... Warte, das ist dann ein Unlichtangreifer. Okay, lassen wir den mal so in Ruhe. Lassen wir den, wie er da steht. Erster Punkt also für Lukas. Wilke, Miku schlägt vor Nido Rino. Jetzt, das ist... Nido Rino. Wir haben Nido King. Da ist Nido Ran. Da ist Nido Rino. Deswegen werde ich jetzt einfach Nido Rino hochpushen. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal die Nido Queen-Reihe durchgezogen. Und dann habe ich natürlich gesagt, könnt ihr ja das mit dem Männlichen auch machen. Macht halt das männliche Nido Ran oder das Nido Rino. Und dann passt das auch. Ja, wird direkt gemacht. Da wird sich einfach draufgestürzt. Das wird hier so getan. Und das heißt, es ist immer noch natürlich das männliche Nido Ran übrig, was man wechseln könnte. Nido Rino 1575. Dat war Miku. Jochen strillt, sagt Nido Rina. Und jetzt mal gucken, ob das stimmt, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich Nido Rina eingebe, ist die Reihe voll. Nido Queen. Nido Rina. Nein, ist nicht voll. Aber Nido Ran. Ah, das war das fehlende Puzzleteil. Ach komm, mal pushen wir das halt auch einfach noch hoch. 1.480. Hat das jetzt die gleichen WP? Habe ich wieder nicht aufgepasst. Muss ich den Tag dran machen. Muss hier kurz schauen. 1.480. 1.575. Da wisst ihr, der Mann, der muss halt mehr. Als die Frau, die kann nur weniger WP erreichen. Dritter Vorschlag. Zwei stehen noch aus der Community. Dass wir insgesamt sechs haben. Balou sagt Balimbalim. Kann ich mich nicht erinnern, dass ich mal ein Balimbalim gemaxed habe. Frage ist, sind genügend XL da? Ja, es sind 386. Balimbalim geht zu maxen auf 2.554. Das ist eigentlich auch so ein spezielles Pokémon, wo wir auch hätten es als Titel-Pokémon nehmen können. Habe ich aber jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Balimbalim. 2.554. Mach mal Garados Pro. Ein Vorschlag ist ja noch ausschlägt vor Mautzi. Ja, Mautzi ist halt jetzt Mautzi. Wir haben Snowbillikat gemaxed. Wir haben Mautzi nicht gemaxed. Wir haben dieses Mautzi nicht gemaxed. Und wir haben dieses Snowbillikat nicht gemaxed. Damit wir eine Reihe voll haben, neben Snowbillikat, machen wir halt dieses, nicht entwickeln, dieses Mautzi. Mautzi jetzt auch auf 846. Wenigstens aus der Kando-Reihe, dass die irgendwann mal fertig ist. Und ja, wie ich euch kennenschlagt, ihr Gala Mautzi und Gala Snowbillikat vor. Um es euch leicht zu machen. 846 Level 50 Tag bitte noch dran. So sieht das gut aus. Sind auch beide fertig. Und was war noch? Grüße gehen raus an... Kabadoss. Lil Coke. Mark niemals. Benjamin Engel. Ab ins Tierheim. Philipp. Karin Karisima. Feuerwehrfrau. Bisafen Enzo. Und hier diesen Vorschlag von Philipp fand ich eigentlich auch richtig cool. Push mal dein von WP niedrigstes 4 Sterne Pokémon. Das möchte ich noch zeigen. Und warum es nicht geht, wenn ich nämlich 4 Sterne eingehe. 4 Sterne. Und dann hier auf WP. Dann sehen wir hier die Höchsten. Die sind ja natürlich schon gepusht. Sonst wären die ja nicht die Höchsten. Und wenn wir auf das Niedrigste gehen. Da ist das Niedrigste 4 Sterne Pokémon einfach ein Quiekel. Aber Quiekel sitzt gerade in einer Arena im Eckhartsturm. Und deswegen können wir leider dieses Mal kein Niedrigstes 4 Sterne Pokémon maxen. Ansonsten wüsste ich gar nicht, ob ich Quiekel schon gemaxt habe. Wenn sowieso wir neben Kaifel und Mammut Tell ein Quiekel noch maxen müssen, hätte man ja auch dieses kleine Süße nehmen können, damit es einen riesen Bogen bis hoch macht. Weiß ich jetzt aber nicht. Ist jetzt auch egal. Das heißt, es hat sich nicht viel geändert an den WP stärksten Pokémon. Das waren eure Vorschläge. Wenn ihr jetzt nicht dran wart, dann schreibt eure Vorschläge nochmal unter dieses Video. Wenn ihr dran wart und neue Vorschläge habt, schreibt sie nochmal unter dieses Video. Ich ein Titel Pokémon, ihr 5 Vorschläge. Und wir wären natürlich dadurch, dass wir Familien maxen, jetzt besser vorankommen. Wenn dann aber da auch wieder einiges abgedeckt ist, wird es wieder schwieriger und es dauert länger. Ich werde extra das Video um 15 Uhr erst veröffentlichen. Ich habe es jetzt 9.25 Uhr aufgenommen. 15 Uhr kommt es online, dass viele die Möglichkeit haben, darunter auch dann zu kommentieren, das zu sehen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend 20 Uhr bei Chill mit Ramses. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.